Hallo, checkt noch mal kurz vor dem Video den ersten Link in der Beschreibung ab und dann sehen wir das Video. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde QSE auf der Mapfix SG. Und zwar habe ich wieder einmal ein Texture Pack im Start und zwar ist diesmal mein Texture Pack. Und zwar hat er mir das ja gemacht. Er ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ähm, zweiter, dritter Link oder so. Habe ich den Creator verlinkt. Und ja. Wie gesagt, vor dem Pre-Into habe ich so ein Video gemacht. Schau dir in den ersten Link in der Beschreibung. Den könnt ihr gerne mal abschicken. Und ja. Ich hatte ja auch ein paar Livestreams heute. Und ich hatte ja den Livestream. Waren wieder ein paar Zuschauer da. War ziemlich nice mit denen. Muss ich echt sagen. Livestream macht den letzten Reden Spaß. Nice. Den haben wir auch. Ich finde das Pack, was ich da gerade benutze, ziemlich geil bisher nicht. Mir, äh, mich hypt es jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt, Ich weiß nicht, dass ich jetzt unbedingt immer Usen wäre. So hypt es mich jetzt auch nicht. Aber es ist ziemlich geil jedenfalls. So. Ich werde auch nur eine Runde spielen. Da ich, ähm, keine Zeit habe. Oder jetzt eher keine Zeit, sondern, ich habe eher gerade mehr Bock zu streamen, als aufzunehmen. Weiß nicht warum. Aber auch dafür kann ich ja nichts. Ich kann aber gerne mal die Livestreams in nächster Zeit wieder abklicken. Es werden wieder mehr Livestreams bekommen. So. Dann haben wir geholt, Leute. Und ich würde sagen, lasst eine positive Wertung, und dabei 100 Likes, das Pack, releasen, und dann ciao bis zum nächsten Mal.